Konzentrieren Sie sich doch bitte mal auf das, was ich Ihnen sage. Ich möchte mich nicht gerne wiederholen. Willkommen zurück. Es geht um aktives Zuhören und aktives Zuhören, da geht es nicht nur darum, dass du deinem Gesprächspartner zuhörst, wenn er was sagt, sondern dass du bestimmte Dinge tust oder auch lässt, während der andere dir etwas sagt. Und das ist extrem wichtig, wenn du im Gespräch mit Kunden unterwegs bist, ob das jetzt im Beratungsgespräch ist, im Verkaufsgespräch, in einem Beschwerdegespräch als Beispiel. Das ist noch wichtiger, wenn dir ein Kunde zum Beispiel etwas Unschönes sagen möchte oder auch in einer privaten Diskussion ist das sehr, sehr wichtig, dass du aktiv zuhörst. Und was aktives Zuhören ist, das schauen wir uns jetzt einmal an. Und wenn man es mal bildlich darstellt, dann ist aktives Zuhören der Schlüssel zum Erfolg. Du verschaffst dir dadurch Zugang zu deinem Gesprächspartner und du gewinnst durch aktives Zuhören tatsächlich Freunde. Warum? Weil du, wenn du ein guter Zuhörer bist, sehr viel sympathischer rüberkommst als jemand, der die ganze Zeit nur selber redet. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Und wenn du bestimmte Dinge tust, während jemand etwas zu dir sagt, dann signalisierst du zum Beispiel Interesse und andere Dinge. Und welche das sind, die schauen wir uns jetzt einmal im Überblick an. Fokussier dich auf das Gespräch. Vermeide Ablenkung. Egal, ob das jetzt im Face-to-Face-Gespräch ist oder ob das jetzt am Telefon ist. Du kennst Menschen, denen sagst du was und du redest mit denen und sie schreiben weiter am Rechner zum Beispiel. Ich hatte das neulich, war ich bei der Bank hier und stelle mich dann da hin, habe da guten Tag gesagt. Und dann sitzt die Dame hinter dem Tresen da und macht dann in ihrem Computer. Die hat mich noch nicht mal beachtet. Und dann irgendwann macht sie so den Kopf, ja bitte. Und dann habe ich ihr gesagt, was ich machen möchte. Und dann geht die wieder runter und tippt weiter. Bis ich dann aufgehört habe zu sprechen und dann gesagt habe, konzentrieren Sie sich doch bitte mal auf das, was ich Ihnen sage. Ich möchte mich nicht gerne wiederholen. Und dann guckte sie mich ganz erstaunt an. Das meine ich damit. Du hast da vielleicht im Freundeskreis Leute, denen erzählst du was und die tickern dann nebenbei weiter auf ihrem Handy. Wie fühlt sich das an? Nicht gut. Deswegen mach du das anders. Fokussier dich auf das Gespräch. Wenn jemand dir etwas sagt, konzentrier dich darauf, was derjenige sagt. Ansonsten verlierst du den Zugang zu deinem Kunden. Das Zweite ist ganz, ganz wichtig. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit ausreden lassen. Gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn man Menschen unterbricht oder wenn man unterbrochen wird. Du kennst das selber. Du bist vielleicht im Gespräch, privat oder beruflich, spielt keine Rolle und sagst etwas und der andere unterbricht dich ständig. Das ist super nervig. Und ich kann dir nur empfehlen, im Kundengespräch ist es manchmal so, du weißt, was der Kunde sagen wird. Oder was er sagen möchte, was er sagen wird. Du hast eigentlich schon die Antwort auf der Zunge. Ich empfehle dir, halt dich zurück, lass den Kunden erst aussprechen und dann bringst du da so eine richtige Relaxtheit in das Gespräch. Anders ist es, wenn die Personen sich ständig unterbrechen. Das merkt man bei Politunterhaltungen. Wenn da zum Beispiel so Fernsehduelle sind, wo Politiker sich gegenseitig da dauernd unterbrechen. Ich finde das mega anstrengend. Ich schalte solche Sendungen regelmäßig ab. Auch wenn Interviewsituationen sind, wo Reporter irgendwie Menschen fragen, die fragen sie etwas, die antworten und dann unterbrechen die die bei der Antwort. Finde ich unfassbar nervig. Nicht nur nervig, sondern auch respektlos, weil der andere möchte ja seine Botschaft übermitteln. Und wenn du etwas fragst, dann warte auch die Antwort ab und unterbricht denjenigen nicht. Sonst verlierst du deinen Kunden. Als drittes, was ganz wichtig ist, ist, stell Fragen. Warum? Ganz klar, wenn du Fragen stellst, dann zeigst du Interesse an der Person. Wenn du selber sehr viel redest, dann ist es so, dass du dich selber sehr wichtig nimmst und dann verlierst du vielleicht auch den einen oder anderen Gesprächspartner. Wenn du im privaten Bereich unterwegs bist, versuch es mal, übe es da, dass du jetzt gerade vielleicht, wenn mal Urlaubszeit ist oder wenn mal irgendwie besondere Feiertage sind oder was auch immer, dann frag die Leute einfach mal, wie sie ihren Urlaub verbracht haben. Frag, wie ihr Geburtstag war, wie ihre Reise war, wie ihr Vorstellungsgespräch war, was auch immer. Interessier dich für die Leute. Stell Fragen und dann hör zu, was sie dir sagen, lass sie aussprechen. Und dann wirst du feststellen, wenn du Fragen stellst, dass die Menschen auf einmal das als toll empfinden, wenn sie sich mit dir unterhalten können. Warum? Weil du dann ein guter Zuhörer oder eine gute Zuhörerin bist. Und das wiederum mögen Menschen. Was auch ganz wichtig ist, auf alles, was gesagt wird, kurz reagieren. Es gibt Menschen, denen erzählst du was und dann machen die mit irgendetwas ganz anderem weiter. Und du denkst, hast du schon gehört, was ich dir gerade gesagt habe? Und die übergehen das einfach. Und das ist einfach nicht höflich. Wenn du paraphrasierst im Kundengespräch, unfassbar wichtig, wenn du mit eigenen Worten nochmal kurz wiedergibst, was dir der Kunde gerade gesagt hat. Und das spielt keine Rolle, ob der Kunde vor dir steht oder ob du mit ihm telefonierst. Wenn du ihm einfach sagst, Frau Müller, habe ich das richtig verstanden, das? Und dann wiederholst du es nochmal in eigenen Worten. Das ist paraphrasieren. Dann zeigst du deinem Gegenüber damit, dass du genau verstanden hast, was er möchte. Das wiederum sorgt dafür, dass ihr keine Missverständnisse habt. Sendeempfänger, du erinnerst dich bestimmt. Wenn du eine Botschaft übermittelst. Und dann kannst du deinem Gegenüber auch signalisieren, ich habe genau das, was du möchtest, verstanden. Wir sind auf einer Wellenlänge, wenn du so willst. Das nächste ist nonverbale Signale geben. Was ist damit gemeint? Wenn du mit einer Person sprichst, face to face, ihr Gegenüber sitzt oder in der Videokonferenz vielleicht auch. Oder auch am Telefon, da sieht die Person das zwar nicht, aber sie wird es hören. Und wenn du mit einer Person sprichst, egal ob privat oder beruflich, dann kannst du durch verbale Signale deinem Gegenüber auch sagen, dass du bei ihm bist, dass du ihn verstehst. Zum Beispiel, wenn einer mit dir spricht, Videokonferenz als Beispiel, machst du dann so, wenn er was sagt oder auch nein, sehe ich anders. Auch das ist ja dann eine Reaktion, die du haben kannst. Dann kannst du da unterstützend tätig sein durch deine Körpersprache. Und es ist unfassbar wichtig, diese Signale auch zu senden, deinem Gegenüber auch zu senden, gerade wenn du jetzt im Kundengespräch bist, dass du ihn verstanden hast, damit er weiß, okay, ich bin da auf dem richtigen Weg. Als nächstes ist Empathie zeigen. Und Empathie bedeutet nicht, dass du immer zustimmst. Dass du immer sagst, ja, da haben sie recht. Wenn zum Beispiel ein Kunde zu dir sagt, ihr Produkt ist aber ganz schön teuer. Dass du dann sagst, ja, ich weiß, es tut mir furchtbar leid, ich weiß, sie haben wahrscheinlich auch wenig Geld gerade, Strompreise hoch und alles, Mieten teuer, Inflation, was weiß ich. Also wenn du das tust, dann verlierst du deinen Kunden. Mitgefühl zeigen ist was anderes. Wenn du zum Beispiel einen Kunden hast, der sich beschwert über etwas, dann kannst du sagen, okay, das ist natürlich keine so schöne Erfahrung. Ich schaue mal einmal, wie ich das für sie in Ordnung bringen kann. Wir finden da eine Lösung. Dafür bin ich ja da. So machst du deinem Kunden Hoffnung. Wenn du mit dem da heulst, um die Wette heulst, dann werdet ihr euch beide befruchten mit Negativparty, wenn du so willst und euch um Kopf und Kragen reden und am Ende geht ihr beide heulend da raus. Das macht gar keinen Sinn. Also Empathie zeigen, Verständnis zeigen bedeutet, dass du dich in die Lage des Kunden einmal reinversetzt und ihm dann auch die Hoffnung gibst, wenn du sie auch erfüllen kannst, dass du ihm helfen kannst. Das bedeutet nicht, dass du mit ihm um die Wette heulst. Das ist tatsächlich kontraproduktiv. Und was ganz, ganz wichtig ist beim aktiven Zuhören ist, dass du urteilsfrei bist. So, was bedeutet urteilsfrei? Bewerte das nicht, was passiert ist. Hilf einem Kunden beispielsweise, wenn er ein Problem hat, dieses Problem zu lösen. Bewerte aber nicht und sag dann vielleicht im schlimmsten Fall noch, ja, da haben Sie recht. Viele Kunden sagen, das Produkt ist doof. Auch das wäre kontraproduktiv. Also bleib neutral bei deinen Aussagen, wenn jetzt ein Kunde sich beschwert oder wenn jetzt jemand dir auch Feedback gibt zu deiner Leistung, dass du sagst, okay, vielen Dank für das Feedback. Ich nehme das einmal für mich mit und werde dann das prüfen, ob wir das irgendwie abstellen können oder werde das mein Verhalten ändern, was auch immer es ist. Aber bleib neutral dabei und schieß nicht gleich, vielleicht noch im schlimmsten Fall, wenn dir einer negatives Feedback gibt, zurück. Sag, ja, da sind Sie ja selber schuld, wenn Sie das bei uns bestellen. Auch das wäre natürlich kontraproduktiv. So, hier nochmal die Merkmale von aktivem Zuhören. Im Überblick fokussiere dich auf das Gespräch. Lass deinen Kunden ausreden. Stell Fragen. Zeig Interesse. Reagiere auf alles, was gesagt wird. Gib Zwischenlaute immer wieder mal. Dann nonverbale Signale sind sehr wichtig. Zeig Empathie. Und sei urteilsfrei. Also bewerte nicht und verhalte dich möglichst neutral. Und wenn du das tust, aktives Zuhören, nochmal, das ist unfassbar wichtig für eine Unterhaltung. Egal, ob privat oder beruflich. Üb das. Du kannst das ja bei verschiedenen Anlässen üben, ob das jetzt auf einer Party ist am Wochenende, ob das im Club ist, ob das in der Firma ist, bei Kundengesprächen, ob das jetzt im Coaching ist mit anderen Teilnehmern als Beispiel. Aktives Zuhören ist eine der Säulen, die eine gute Kommunikation tragen, wenn du so möchtest. Deswegen lerne das so gut, wie es geht. Und ja, Übung, Übung, Übung. Bis dahin alles Gute. Viel Spaß bei der Umsetzung. Dein Uwe. Das war Secrets of Safe, der Podcast von Uwe Bote. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann folge und bewerte uns sehr gerne. Vielen Dank.